Hallo liebe CannaUnity, frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr seid gesund und herzlich willkommen zu den CannaNews aus den letzten Tagen. Zunächst nach Österreich. Ja auch in Wien beobachtet die Beratungsstelle CheckIt, dass Cannabis zunehmend mit gefährlichen synthetischen Cannabiden gestreckt wird. Diese Substanzen sind für das bloße Auge leider unsichtbar und können starke Nebenwirkungen, Kampfanfälle, Übelkeit, Bewusstlosigkeit verursachen. 2020 fielen 22% der Cannabisproben bei CheckIt durch synthetische Cannabine auf. Hier wird oftmals qualitativ schlechte CBD-Ware, welche günstig erworben wird, angeboten. Diese Ware wird dann mit synthetischen Cannabinen besprüht und ohne Rücksicht auf Verluste an Unwissende weiterverkauft. Übrigens, CheckIt bietet kostenlose anonyme Drogentests an, doch betont die Bereichsleiterin der Suchtprävention, dass ein risikofreier Konsum nicht existiert. Was sie genau damit meinte, können wir leider nicht nachvollziehen. Gut, und hier noch eine Meldung aus Graz. Mal wieder auf den Hund gekommen, ist in Graz der Polizei dank des Spülhundes namens Thor. Ein bedeutender Drohung von Kolumbien, also was die Bahnen so nennen. Jedenfalls gab es eine verdächtige Person, die in einem Mehrparteienhaus einen Mann den Nachbarn für einen Einbrecher hielten und riefen die Polizei. Die neugierigen Polizisten entdeckten dann nach Eintritt in die Wohnung des 37-jährigen Wohnungseigentümers einen starken Cannabisgeruch. Der vermeintliche Einbrecher erwies sich übrigens als Bekannter des Eigentümers. Ja, der Wohnungseigentümer traute sich dann auch noch die Polizei anzulügen, indem er einfach behauptete, keine weiteren Drogen zu besitzen. Doch was wären die Grazer Beamten für Polizisten, wenn man da nicht weiter forscht? Man ist schließlich an einem Riesenfall dran. Ja, sie riefen dann also ihren Drogenfreund Thor und dieser fand in einem verstellten Raum einen Textilkoffer mit einem 20 Liter Plastiktonne, in der sich fast ein Kilo, genauer gesagt 900 Gramm, Cannabis befanden. Also die Polizei stellte das Cannabis natürlich sofort sicher und die weiteren Ermittlungen werden von Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernommen. Der Wohnungseigentümer und seine 35-jährige Frau wurden natürlich von der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt und stehen im Verdacht, das Cannabis selbst gezüchtet und konsumiert zu haben. Ja, wie kommt man nur auf so eine Annahme? Ja, und um mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, ein Cannabispatient braucht teilweise 100 Gramm im Monat. Es handelt sich hier also unserer Meinung nach um eine geringe Menge, die man an jeder Hausecke findet. Aber seid stolz. So, nun noch ein Absticher in die USA. Halleluja. Ja, auch in den USA wurde eine Cannabis-Plantage von der Polizei entdeckt, nachdem Nachbarn über einen starken Geruch berichteten. Die Ermittlungen, die etwa drei Wochen dauerten, führten dann zur Durchsuchung. Nicht schlecht war die Verwunderung, weil es sich bei der Durchsuchung um ein Kirchengebäude handelte, in der die Polizei und rund 2000 Marihuana-Pflanzen und ein ausgeklügeltes Anbau- und Bewässerungsthemen vorfanden. Ja, dieser Fund ist bisher wohl der größte in ihrem Bezirk. Da kann sich die Grazer-Polizei mal eine Scheibe abschneiden. Ja, aber wieder zur Sache. Eine Person wurde bei dem Einsatz verhaftet. Die Polizei vernichtete die Pflanzen durch Verbrennungen direkt vor der Kirche, die bis vor kurzem von der Methodistischen Gemeinde genutzt wurden und aktuell zum Verkauf steht. Ja, was ein schönes Osterfeuer das doch war. So, nur noch eine kuriose Meldung von der Kreuzfahrt mit einer US-Amerikanerin. Ja, diese erhielt nämlich ein lebenslanges Kreuzfahrtverbot von der Kannibal-Kreuzfahrtgesellschaft. Ja, wir finden das total krass. Und sowas können sich wohl nur Gesellschaften erlauben, die ein Monopol bzw. schon zu viel Macht besitzen. Sorry für den Einwurf. Jedenfalls hatte die US-Amerikanerin versucht, ein Päckchen Gummibären mit an Bord zu nehmen. Die Besonnenheit war natürlich, dass die Gummibären Cannabis enthielten. Ja, obwohl der THC-Gehalt dieser Gummibärchen mit 0,1% deutlich unter dem in Florida erlaubten Grenzwert von 0,3% lag, untersagt die Kreuzfahrtgesellschaft grundsätzlich alle CBD-Produkte. Dies führte dazu, dass Melinda V. der Zugang zum Schiff verwehrt wurde und ein lebenslanges Hausverbot erteilt wurde. Noch eine Meldung aus Wyoming. In Wyoming, also immer noch USA, wurde ein junger Mann verhaftet und zwar, weil er in seiner Wohnung Cannabis anbaute. Unglaublich, oder? Warum das eine Meldung wert ist? Nun, er bemerkte nicht, dass nebenan ein Polizeipräsidium eröffnet wurde und seine Cannabispflanzen wirklich stark rochen. Der Mann dachte, der Anbau sei legal, da er in der Nähe der Grenze zu Colorado wohnte, wo Cannabis bereits legal ist. Der pflichtbewusste Hanfbauer hatte sich um einen regelmäßigen Luftaustausch für seine grünen Zöglinge bemüht, die Wohnung gelüftet und wohl eine ungünstige Windstellung erwischt, die den Polizisten an der Tankstelle geradewegs in die Nase zogen. Nun ja, bereits am Nachmittag folgte für den Bauern die herbe Ernüchterung, Räumung seiner gesamten Wohnung und ein eingeleitetes Verfahren wegen illegalen Drogenbesitzes. Ein paar hundert Kilometer weiter südlich in Colorado hätte man sein Gewerbe sicher zu schätzen gewusst. Manchmal läuft es blöd. Auf in die Schweiz. Die Kantonpolizei Schwitz hat in Zusammenarbeit mit anderen deutschen Polizisten und dem Polizeipräsidium Ravensburg in Deutschland Cannabisprodukte im Wert von 3,5 Millionen Franken beschlagnahmt. Ja, wenn man sich das mal ausrechnet, dann entspricht diese Menge etwa 8,2 Millionen Joints. Was uns freut ist, es wurden 13,5 Kilogramm synthetische Cannabine beschlagnahmt, dazu 198 Kilogramm Industriehampf, 110 Kilogramm mit synthetischen Cannabinen behandeltes Industriehampf sowie 141 Kilogramm herkömmlichen Drogenhampf. Was das auch immer bedeutet. Zusätzlich wurden 3.500 Hanfpflanzen in der Indooranlage konfisziert. Ja, die Drogen werden durch umfangreiche Ermittlungen in der Schweiz und im Ausland gesichert gegen mehrere Männer laufen Strafuntersuchungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wir waren hiermit eindringlich vor den Gefahren von synthetischen Cannabinoiden. Die können wirklich zu schweren Gesundheitsrisiken, aber auch Krampfanfällen oder sogar bis zum Tod führen. Lass die Finger da weg. Und jetzt noch eine Meldung aus Japan. Ja, lange hat es gedauert. Nun hebt Japan das Verbot von Cannabis-basierten Medikamenten auf und legalisiert deren Verkauf. Also Japan reagiert damit auf die steigende Forderung nach einer Legalisierung dieser Arzneimittel. Die Gesetzesänderung erlaubt den Einsatz von Cannabis in der Medizin, insbesondere zur Behandlung von Epilepsie, chronischen Schmerzen und anderen Krankheiten. Gesetzlich aber verschärft Japan die Strafen für illegalen Besitz und Konsum von Cannabis für nichtmedizinische Zwecke. Was wir ein bisschen schade finden. Es war nämlich bisher so, dass der Konsum bisher nicht strafbar war. Jetzt dann illegaler Konsum mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Ja, dies folgt auf einen Anstieg von Festnahmen wegen Cannabis-Besitzes, besonders unter jungen Menschen. Traurig aber wahr. Also ein Fortschritt in der Medizin, ein Rückschritt in der Menschlichkeit. Und jetzt noch eine Meldung aus der Ukraine. Denn auch hier wurde die medizinische Verwendung von Cannabis legalisiert. Und zwar um Millionen von Menschen, einschließlich Kriegsverwundeten, eine neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten. Dieser Schritt, inszeniert durch das ukrainische Parlament, richtet sich vor allem an Krebspatienten und Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung, einschließlich verwundeter Soldaten. Der Freizeitgebrauch von Cannabis bleibt jedoch weiterhin strafbar. Die Entscheidung wurde breit unterstützt. Jedoch gab es auch Kritik, insbesondere wegen Bedenken hinsichtlicher möglicher Korruption und Sicherheitsrisiken. Also die Kirchen und einige Politiker, darunter die ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko, sprachen sich gegen eine medizinische Legalisierung aus. Sie befürchten, dass dies den Konsum von Freizeitdrogen fördern könnte. Der Vertrieb von Cannabisprodukten wird streng reguliert mit Videoüberwachung und eindeutiger Kennzeichnung jeder Pflanze. Die Medikamente sind nur auf elektronisches Rezept erhältlich. Das Gesetz tritt in sechs Monaten nach seiner Veröffentlichung und Kraft mit der Erwartung, dass die Medikamente in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 verfügbar sein werden. Der ukrainische Präsident Zelenskyy muss den Gesetzentwurf aber noch unterzeichnen. So, und jetzt kommt noch die vorletzte Meldung aus Marokko. In Marokko haben die Behörden in einer gemeinsamen Aktion mit der Kriminalpolizei, der Präfektur Casablanca und der Generaldirektion für die Überwachung des Territoriums ganze 6,5 Tonnen Cannabis-Harz. Ich betone Harz beschlagnahmt. Also, die Drogen wurden in zwei Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Casablanca und Buznika, wenn ich das richtig ausspreche, gefunden. Diese Beschlagnahmung ist Teil des fortgesetzten Kampfes gegen den Drogenhandel in Marokko. Ja, das einer der größten Produzenten von Cannabis und Cannabisprodukten weltweit ist. Die Ermittlungen zur Aufklärung weiterer Hintergründe des Drogentransports wurden nun eingeleitet. Und die letzte Meldung, die kommt aus Deutschland. In Bayern, genauer gesagt in Bad Tölz, Wolf Ratzhausen, wurde ein junger Mann, der bereits wegen Abgabe von Betreuungsmitteln an Minderjährige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt war, erneut mit Marihuana erwischt. Ja, trotz des Verstoßes, auch noch während der Bewährung, wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Der Angeklagte leugnete die Sache überhaupt nicht. Es ist scheiße gelaufen, sagte er schulterzuckend. Es war im Sommer, ich wollte einfach mal wieder einen Joint rauchen. Dann kamen schon die Beamten. Der Richter konnte sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Ja, da muss man eben ein bisschen gewiefter sein und sich da einrauchen, wo halt keine Polizei ist, sagte der Richter. Und der Angeklagte antwortete darauf, dass er das versucht hatte, darauf zu achten, aber die kamen halt von hinten. Ja, das hatte ihm dann sogar ein Kollege von der Polizei bestätigt, der in Wegstatt im Einsatz war. Wir haben ihn beobachtet, wie er den Hang hinaufläuft. Wir sind mit dem Auto hinterher und sehen, dass er was wegwirft. Das war ein einfacher Sachverhalt. Es gab nichts zu leugnen. Die Staatsanwaltschaft schlug die Einstellung vor, da das neue Cannabis-Gesetz ja bald in Kraft treten soll, eine Amnesie für solche Fälle vorsieht. Das Landgericht folgt dieser Praxis derzeit häufig bei Strayer-Verfahren um kleine Mengen weicher Drogen. In diesem Sinne freuen wir uns schon auf April und wir hoffen, dass es alles gut geht, auch wenn jetzt schon Micha und Vincent nicht so guter Stimmung sind, wie ich gehört habe. Ich bleibe positiv und ihr hoffentlich auch, dass es zum 1.4. noch was wird. Ansonsten wird es vielleicht einen Monat länger dauern, aber es wird kommen. Ich bin da sehr positiv. Bleibt gesund, am besten legal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr uns unterstützt. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.